Ja, na also geht doch, gegen Aue, ne, sag ich doch, mein Ansage hat was gebracht, auch wenn welche gemeckert haben, ne, die haben halt Gehirnschwund, ich nicht, meine Ansage bringt immer was, ich war nämlich zufällig Jugendtrainer, so, jetzt wisst ihr es, ich hab die ganz kleinen und die etwas größeren habe ich angeleitet, ich war eigentlich überall Trainer, wenn ich irgendwo war und schon älter war, hat man mich als Trainer eingesetzt, ja, ne, lieber Peter Dietz, was sagst du dazu, wir haben jetzt 0 zu 2, führen wir, also wir haben jetzt 2 zu 0 gegen Aue, führen wir nach der Halbzeit, Hinterseer hat ein Tor geschossen, der andere hat ein Tor geschossen, wunderbar, so läuft das und die Jungs brauchen eine Ansage, da braucht mir niemand irgendwas anderes erzählen, so, schönen Sonntag, bis dann, nur der HSV.